Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes – Hybridbatterietemperatur zu niedrig Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Diagnosefehlercode DTC, der für viele OBDI-Fahrzeuge gilt ab 1996, dies kann Fahrzeuge von Toyota, Honda, Ford, Subaru und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren Wenn Ihr Hybridfahrzeug HV einen Code P0AFD gespeichert hat, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM einen Temperaturgrad in oder in der Nähe des Hochspannungsbatteriesatzes des Fahrzeugs festgestellt hat, der unter dem zulässigen Mindestparameter liegt Dieser Code sollte ausschließlich in Hybridfahrzeugen ausgestellt werden Die HV-Batterie Nickel-Metall-Hydrid besteht aus 8 1,2 Volt Zellen, die in Reihe angeordnet sind Sie ist eine von 28, aus denen sich der HV-Hochvolt-Akku zusammensetzt Der Hochvolt-Batterie-Pack wird vom Hybridfahrzeug-Batterie-Management-System HV-BMS überwacht, das auch mit dem PCM und anderen Steuerungen interagiert Batterietemperatur, Zellenwiderstand, Batterieladezustand und Gesamtzustand des Batterie-Packs gehören zu den Funktionen, die vom HV-BMS überwacht und berechnet werden Hochspannungshybrid-Batteriesätze sind in Reihe mit Sammelschienensteckern und Abschnitten des Hochspannungskabels geschaltet Normalerweise ist jede einzelne Zelle mit einem integrierten Amperemeter-Temperatursensor ausgestattet Das HV-BMS empfängt Eingangsdaten von jeder Zelle, um einzelne Temperatur- und Widerstandsniveaus zu überwachen Wenn das HV-BMS dem PCM ein Eingangssignal zur Verfügung stellt, das auf eine unzureichende Batterie-Pack- oder Batteriezellentemperatur hinweist, wird ein Code P0AFD gespeichert und eine Störungsanzeigelampe leuchtet möglicherweise auf Die meisten Fahrzeuganwendungen erfordern mehrere Zündzyklen mit einem Fehler, bevor die Miel aufleuchtet Ein typischer Hybrid-Akku, was ist der Schweregrad dieses DTC? Eine unzureichende Temperatur des Batterie-Packs oder der Batteriezelle und ein gespeicherter Code P0AFD können zur Deaktivierung des elektrischen Antriebssystems führen Die P0AFD sollte als schwerwiegend eingestuft werden, und die Bedingungen, die zu ihrer Lagerung beigetragen haben, sollten dringend angegangen werden Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P0AFD-Fehlercodes können gehören Verminderte Fahrzeugleistung Verminderte Kraftstoffeffizienz Andere Codes für HV-Batterien Deaktivierung des elektrischen Antriebssystems Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen Code können sein Defekte HV-Batterie, Zelle oder Batteriepacklose, gebrochene oder korrodierte Sammelschienenanschlüsse oder Kabel HV-BMS-Sensorfehler Controller Programmierfehler Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P0AFD? Die Hochvolt-Batterie darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden Ich würde Zugang zu einem Diagnosescanner, einem digitalen Volt-Ohmmeter, DVOM und einer Quelle für Diagnoseinformationen des HV-Batteriesystems erhalten Bevor ich versuche, einen Code P0AFD zu diagnostizieren Ich würde meine Diagnose mit einer Sichtprüfung des HV-Akkus und aller Schaltkreise beginnen Konzentration auf Anzeichen von Korrosion, Beschädigung oder anderen offensichtlichen Unterbrechungen Ich würde Korrosion entfernen und defekte Schaltkreise nach Bedarf reparieren oder ersetzen Stellen Sie vor dem Testen der Batterieladung sicher, dass keine Korrosionsprobleme am Batteriepack vorhanden sind und dass alle Verbindungen sicher sind Mein nächster Schritt wäre, den Scanner an den Fahrzeugdiagnosestecker anzuschließen und alle gespeicherten Codes und relevanten Standbilddaten abzurufen Ich würde diese Informationen aufzeichnen, bevor ich die Codes lösche und das Fahren des Fahrzeugs teste Bis das PCM entweder in den Bereitschaftsmodus wechselt oder der Code zurückgesetzt wird Der Code ist intermittierend und möglicherweise viel schwieriger zu diagnostizieren Wenn das PCM zu diesem Zeitpunkt in den Bereitschaftsmodus wechselt Keine Codes gespeichert Wenn der P0 AFD zurückgesetzt wird, verwenden Sie den Scanner, um die HV-Batterietemperaturdaten zu beobachten Wenn Inkonsistenzen zwischen Batterietemperatur und Umgebungstemperatur festgestellt werden, beheben Sie diese Bereiche mit Ihrem DVOM und den entsprechenden Diagnoseinformationen, Testverfahren und Spezifikationen für den HV-Akku finden Sie in Ihrer Quelle für HV-Informationen, Komponentenortungsdiagramme, Schaltpläne, Steckerflächenansichten und Steckerbelegungsdiagramme sind erforderlich Um zu einer korrekten Diagnose zu gelangen, verwenden Sie den DVOM, um jeden einzelnen Temperatursensor zu testen Gemäß den Testspezifikationen und Verfahren des Herstellers, Sensoren, die nicht den Angaben des Herstellers entsprechen, sind als defekt anzusehen Während ein gespeicherter Code P0 AFD das HV-Batterieladesystem möglicherweise nicht automatisch deaktiviert, können die Bedingungen, unter denen der Code gespeichert wurde, ihn deaktivieren Wenn der betreffende HV mehr als 100.000 Meilen auf dem Kilometerzähler hat, vermuten Sie einen Ausfall des HV-Akkus Wenn das Fahrzeug weniger als 100 Kilometer hat, ist eine lose oder korrodierte Verbindung wahrscheinlich die Ursache für Ihre Fehlfunktion Wir haben jetzt schon wieder einmal die erste Krone von der Mitte der DDR in denoires 1.2.2.3.2.3.3 1.2.4.3.2.3 1.2.1.3 1.2.4.3 2.2.3.4 2.3.1.1